Wohnt ihr ein Pamela Kenich? Nur hör mal zu, was ich dir jetzt sage. Für mich bist du der Schlüssel zum Glück. Auf, wank auf! Nachricht gesendet. Warum tust du mir das an? Gib mir Telefon. Halt, 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 mein Freund. Ich geb den kleinen doch nicht irgendeinem hergelaufenen Sau her. Jeder will ganz vorn in der Liga. Ich weiß, ob das überhaupt ein HSV-Fan ist. Aus fremden Befreunde durch ein bisschen Toleranz. Wie ist was los? Ein Irrenhaus. Alle denken nur an sich und haben Geheimnisse. Hm. Sag, wär das nicht Zeit, sich mal zu besinnen. Echt was zu ändern und von vorn zu beginnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, da drinnen steckt sich kein Arschlöcher gern. Aber keiner hat Arschlöcher gern. Nein, keiner hat Arschlöcher gern. Hör mal, hast du zu viel gekifzt oder was? Nein, keiner hat Arschlöcher gern. Nein, keiner hat Arschlöcher gab. Sogar ameiler. shed auf den Verbe my Tat.